Paket ECO, Firmengründung und Visa. In diesem Paket bieten wir die Firmengründung mit den Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir erstellen eine Analyse, beraten sie bezüglich der Business-Aktivities und empfehlen ihnen eine passende Struktur. Die erforderlichen Dokumente werden durch unsere Spezialisten einkoten. Es erfolgt ein Vorabcheck, bei dem die Behörden uns mitteilen, ob diese Aktivities für sie möglich sind. Wir erstellen den Gründungsvertrag inklusive rechtlicher Prüfung und Beurkundung durch ein Notar. Wir reichen die erforderlichen Anträge ein und sie erhalten eine Firmenlizenz. Diese kann jedes Jahr verlängert werden. Die Firma ist zu 100% in ihrem Besitz. Ihre Unternehmenskarte, die Established Card, wird für sie beantragt. Der gesamte Prozess wird von uns ausgeführt und sie werden über jeden Schritt informiert.